Leute, ich wollte euch nur mal kurz was sagen. Ich würde gerne zu meinem 20-Abo-Special ein paar Aufgaben von euch gestellt bekommen. Also wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht unter dieses Video ein paar Aufgaben schreiben würdet. Und ich erledige sie in den Insta-Assembly. Das würde mich sehr freuen. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon, was ich sagen wollte. Bye!